Alles was ihr wünscht. Ich heile Meister. Bin schon da. Okay, da kommen die nächsten zwei. Okay, der Golem entkommt uns leider. Die Linien müssen halten. Wie kann ich die Linien? Ja. Bin schon da. Oh, er kommt zurück. Was verlangt die Mache? Meister? Ja, also dann kommt es zum Glück in kleinen Wellen. Und zwar immer von genau diesen Blockaden hier lösen sie sich. Meister? Ja! Da kommen schon wieder fünf. Da löst sich die Blockade langsam auf. Das Problem ist, es gibt hier keinen zweiten Aria-Schrein. Ich muss also wirklich mit dem arbeiten, was ich hier habe. Okay, sie kommen jetzt von da drüben. Alles was ihr wünscht. Ich heile Meister. Sofort, sofort. Ja. Nee, kommt keiner von da drüben, okay? Alles was ihr wünscht. Ist nun wieder ein Frost-Golem, der zurückkehrt. Im Augenblick jedenfalls. Ich heile Meister, das Gebäude ist verringen. Okay. Sie sind schon da. Sie belagern unsere Stadt. Die Linien müssen halten. Okay, sie kommen jetzt mittig. Wie kann ich ihn nicht? Wie kann ich ihn nicht? Das ist leicht. Verstanden, Meister. Okay, den Einhexenturm kriegen wir zum Glück fertig, bis sie kommen. Meister, das Gebäude ist fertig. Meister, das Gebäude ist fertig. Die Linien müssen halten. Wie kann ich das? Meister, helft mir. Alles was ihr wünscht. Geht weg! Ah! Ah! Nein! Stand halten, Männer! Geht weg! Lass mich in Ruhe! Danke! Das ist ein Hinterhaus! Das ist ein Hinterhaus! Das ist ein Hinterhaus! Geht weg! Lass mich in Ruhe! Runenkrieger! Zu mir! Ah! Ah! Nein! Nein! Ich bin ungewöhnlich! Sofort! Bereit! Alles was ihr wünscht! Oh ja, ich verheize meines Gams. Das ist ein Hinterhaus! Ziemlich! Stand halten, Männer! Sofort! 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 Die Linien müssen halten! Stand halten, Männer! Sofort! Sie sind schon in der Stadt? Meister! Das Gebäude ist fertig! Sie sind schon in der Stadt? Was verlang ich hier? Ich gehorche! Meister! So repariert mal das Gebäude! Geht weg! Meister! Meister! Da unten ist nur ein Frostbolem unterwegs. Ich will nicht sterben! Hier bin ich! Meister! Hier bin ich! Meister! Bin schon da! Hab Geduld, Meister! 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 Helft mir! Und wieder in meiner Sklaven tot! Und wieder in meiner Sklaven tot! Ja! Auch gut! Runenkrieger! Zu mir! Meister! Das Gebäude ist fertig! Was verlangt ihr? So, was sagt der Questlog? Irgendwo im Osten muss noch ein weiteres Monument zu finden sein. Dort gibt es wohl auch Eisenvorräte. Mhm. Wir stärken aber jetzt erstmal noch unsere Defense hier. könnt ihrni Kontakt weiterleام? Ui! Häh! Ich habe die broadcaste zu Laughsen. Und wieder runter. Wie kann ich dienen? Vor allem, wenn Fosco nimmst anfangend zu kommen. Meist? Das Gebäude ist fertig. Wie kann ich dienen? Also ja, Aria wird ich genug noch zusammenkriegen, um noch ein paar Defense Gebäude zu errichten. Waren wir in der Hoffnung, dass Feinde... Also da kommen die Frostgolems wohl her. Wenn ich die erledige, sollte ich Ruhe haben. Ja, da ist ein Frostgolem Spawnpunkt. Da unten ist auch noch ein Frostgolem. Das war nicht so schlau von mir. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Hier bin ich, Meister. Meist? Sofort! Das Gebäude ist fertig. Habt Geduld, Meister! Repariert mal das Gebäude erst einmal. Ihr seid auch immer blöd, wenn ihre Speer mich entdecken. Meister! Verstanden, Meister! Ja, Frostgolems sind verdammt viele unterwegs. Also die werden jetzt am Anfang unser Hauptproblem sein. MySpace 붙 im Sicher den Windermärrimen kompletten Ich warte zum Entdeck Du bist mein Geist Dein Sie belagern unsere Stadt! Meister, das Gebäude ist fertig. Wie kann ich dienen? So, noch ein Hexentrum hier. Sie belagern unsere Stadt! Oh. Ei. Kumpel. Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Hier bin ich, Meister. Das könnte mich wieder Sklaven kosten. Nein, sie rennen in die Richtung, okay. Vorsicht, Gegner! Die gucken wohl zuerst beim Ork-Monument nach, ob ich jetzt schon dort bin. Bin schon da! Okay, der kommt zurück. Das ist wieder so einer, der sich nicht entscheiden kann, wo er hin will. Alles, was ihr wünscht! Das ist toll, wie unsere Handwerker ein bisschen anders aussehen. Was verlangt ihr? Also ein gutes Stück anders als die normalen Arbeiter. Die haben so komische Hauer. Alles, was ihr wünscht. Die blöde Halsfessel. Was verlangt ihr? Was? Was verlangt ihr? Was verlangt ihr?